ja gerne gerne ja gut ich habe jetzt seit 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 vorgestern habe ich ja ein account bei flight sim für alle die vielleicht das shortcard noch nicht gesehen haben und fragen warum jetzt gegen flight sim etc für das kommende jahr 2024 möchte ich den rettungshubschrauber den wir mal gestern angezockt haben gescheit einstellen ich habe jetzt eine möglichkeit ich habe die software jetzt fehlt mir noch die hardware weil 2014 habe ich damit mal begonnen für mannheim christoph 53 bremen christoph weser zu fliegen und wir werden es auch online auf der plattform von über auf liegen das heißt abends mal ein paar kleine hat ein paar ründchen und dann gucken wir mal so genau also das heißt auch hier werden wir wieder ein neuer und feldkurs einfahren das einfach mal raus das müsst ihr euch vorstellen mulcher der net mal zwölf der zwölf meter ist ja hallo oder der fahrt naja mit seiner kleinen arbeitsbreite darf der darf sie jetzt hier rumfahren natürlich mit dem glas noch mal schon was das zeug geht gut dann cosplay job erstellen jawohl so den kurs zu mal speichern 8,6 meter so so 5,8 falscher name wird hat immer noch drin dann speichern wir das jetzt vor äh keksi meine liebe einen wunderschönen guten tag schön dass er da bist wie geht es dir denn 5,8 so wer sitzt eindort der braucht zwei stunden ey ja jetzt haben wir einen praktikant schade so so genau dann können wir jetzt weiter unser gras malen äh gräs 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 ey ja ab geht's ab geht's jawoll wb mein lieber ei 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 so ja wir haben heute ein bisschen was vor ne heute abends sind wir ein bisschen äh klatschen zombie klatschen zombie klatschen mist 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 oh schön da freue ich mich dann weiß ich dann weiß ich schon mal was ich oben rechts im im bildschirm äh mitlaufen lass dann hole ich mir nämlich dann cool dann bin ich bei dir zwar im stream aber ich hole mir deine url datei also den link von deinem stream und dann füge ich den bei mir in der browserquelle mit hinzu und dann können haben wir ein bisschen mehr publicity das habe ich letztens auch bei äh bei lucas lucas gemacht und ich finde es eigentlich eine geile aktion ohne du du ja du 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 Der weiß gar nicht, was er einsammeln soll. Das ist auch geil, ne? Aber genau den Effekt wollte ich ja haben. Ja, also. Was bleibt liegen? Nix. Doch. Perfekt. So, wollte ich es haben. Jetzt fahren wir nach vorne links und dann fangen wir da eins zu sammeln. Ja. Guck mal, ich habe auch alles weg. Ich würde am liebsten gerade einen Pflugschneier machen und das ganze Feld zerstören, ey. Aber kann sich ja auch nicht bringen. So. So. Weil das nasse Gras, das kannst du zum Beispiel direkt den Kühen geben und das andere, das vorgewendete, das geht dann Richtung... So. Können wir es einmal gleich probieren. Oder warte mal, müssen meine Kühe gerade was zu essen haben? Brauchen die was? Nö, die haben noch genug. Okay. Na gut. Wir bringen das trotzdem direkt mal zu unserem neuen Kuhstall. Oder zur Milchviehproduktion. Dann bin ich mal gespannt, ob das da was wird. Weil mit dem Seliermittel, was wir jetzt da benutzen... Oh, yo. Hübe ab, ey. Hübe ab. Hübe ab. Ach, ähm, Keksi, äh... Ähm... Am Samstag wird's lustig, Samstagabend, 19 Uhr. Wir fahre... Wir fahre im ACC zwei Stunden Rennen, also zwei unterschiedliche Strecken beim Humac mit dem Event, also Community Event. Einmal mit zwei Stunden kann ich dir eins schon mal sagen. Hauer, 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 hauer. Das wird anstrengend. Anstrengend, aber lustig. Das kann ich versprechen. Äh, hauer, 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 hauer. Ich hab letztens da... Weil der... Uma macht jeden Mittwoch ein Community Rennen. Vorher hat er irgendwas anders gemacht. Äh, und... Silasche, perfekt. Jetzt hab ich mir die Einfahrt verpasst. Digga, du babbelst so viel. Egal. Und, äh... Da hab ich eigentlich vor, da mitzumachen. Deswegen auch so die Frage, wenn ihr Bock habt, ähm... Ob man das auch mit... mit streamen soll. Also ich würd's halt schon gern machen. Oh, Junge. Bauer um den näher. Nee, ne? Er seht ja nur die Spur. Perfekt. So. Er hat sie angenommen. Ich hab's geahnt. Hab's geahnt. Das Gras ist zu nass. Das Gras ist zu nass. Das Gras ist zu nass. Das war's jetzt. Pfff... Pfff... Então, uh... Der Hormor ist alt. Pfff... Halt! Uhhh... Das ist der Running Gag. Dann kann man noch eins ausprobieren. Ach, winkt mal alle. Hallo, schön. Schön machte das da unten. Session. So, wie viel passt denn da rein? Ah, warte mal. Oh, ja. Na gut. Ich habe gedacht, ich hätte schon wieder Mist gebaut. Aber gut, dann können wir... Dann bestücken wir die gerade mal damit. Dann können wir die jetzt gerade mal bestücken. Das ist richtig gut. Es halt... Also, ich habe halt den Platz so gebaut, dass du quasi mit so einem Kipper, den wir haben zum Beispiel... Was ist das? Von Reichenberg oder so? Genau, von denen, dass du quasi die nur auf die Seite umschmeißen kannst. Und dann fährst du einfach weiter. Mehr ist das nicht. Also, einfacher gehabt als... Ja. Ich wollte mal... Wollte mal ein bisschen was anderes ausprobieren, aber hat ja gepasst. So. Weil wir wollen ja auch noch irgendwann kleine Kälbchen haben, ne? Pssst. Steht ja irgendwann in der Zukunft. Aber ja. Aber erst mal muss ich ja Informationen zusammentragen. Ob meist bloß auch noch alles wirklich danach funktioniert, mit dem neuen DLC. Weil können wir zum Beispiel die rote Beete mit in das Futter für die Kühe zum Beispiel machen. Wärts schmackhafter, vitaminreicher. Oh, Mann. Ich höre mich auch gerade wie so ein Verkäufer an, ey. Mal gucken. Man muss halt nur aufpassen, dass das auch mit dem Celiermittel da... gut passt. So. Und dann wähle ich mich gleich wieder, wenn ich mit dem ganzen Kram da fertig geworden bin. Dementsprechend, äh, füttern. Oder... Ach, das, äh... Ja. Das rennt nicht weg. Ja, das ist halt, äh... Ich müsste ein Discord hier installieren, drüben installieren. Ich habe den Platz einfach hier drauf. Ich muss, ich muss mir... dass ich sowieso Platzmangel habe. Sowieso. Klar. Omsi. Flusi. Noch ein paar Beispiele zu nehmen. Ich möchte in den Rechner, möchte ich noch eine zweite, äh... eine 5TB-Platte einbauen. Um quasi meine externe... ein bisschen zu entlasten. Das heißt, wir entlasten, aber, ähm... dass ich wenigstens ein... ein gescheites Backup habe. Ja, ich habe hier eine externe Festplatte. Da steht da... da zöger... da tue ich, äh... Omsi 2 drüber zocken. Alles. Das meiste. Da impatientate. Da ist das nicht行了. B portausten würde dela erst malpmontatiques năm, Das war dieKS-länesin. Da ist wieder filter. Da bin ich's. Da bin ich frage.